Mahlzeit. Also fahr mal los. Endlich. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich da langfahre, oder? Zu meinen Hobbys gehört es, das Navi mal kräftig durch die Gegend zu pfeffern, wenn es mal wieder scheiße labert. Und da kann es auch mal vorkommen, dass es zu Bruch geht. Was mich nicht sonderlich stört. Oder tiefgefrohene Würstchen essen. Das ist unglaublich. Dreimal täglich Berlin. Ich will nicht nach Berlin. Und schon gar nicht dreimal. Ab 19 Euro. Schon überhaupt nicht. Kommen wir denn da hin? Was soll ich denn in Berlin? Also der Kühlschrank fasziniert mich. Das ist unglaublich. Ist aus und kühlt trotzdem. Das muss mir mal einer erklären. Richtig, oder? Das Ding ist aus. Ich habe es ausgemacht. Trotzdem ist die Wurst richtig tiefgefroren. Die kann ich nicht essen. Ist doch ein Witz, ey. Das hört jemand was anderes an dem LKW, ey. Das ist doch wahnsinnig. Das ist doch wahnsinnig. Ein Bild. Äh, was ist denn da die Einfahrt? Ach da. Okay. Achts schon. Die anderen werden jetzt gekrägen. Da sitzen die wie die Eskimos in dem Auto drin. Ich glaube, die Heizung geht nicht lang. Tja, scheiße, da sollte man mit dem Auto vielleicht doch mal in die Wackstadt fahren. Heizung ist die Möglichkeit, die Polizei hierher zu fahren. Oberflache, schweig hierher, stas mal hierher. Jetzt hat sich das die Wackstadt ab dem Auto hineinea Nicolasك. Die Polizei ist die Wackstadt. In der Beanzugier means, dass diese Knie hierher in der Regen ist. Die Mission ist die Wackstadt. Die Mission ist die Mouchstadt. Die Mission ist die Situation. Die Wackstadt und die Wackstadt befinden Sie sich strahlen. Die Mission ist die Wackstadt, die Wackstadt zu werden. Genau, das stimmt. Äh, ja. Du bist schon wieder. Wann haben wir eigentlich Termin? 5 Uhr? 5 Uhr. Warum kriege ich eigentlich von DHL, wenn wir den auftragen, mit 4.30 Uhr? Warum können die nicht sagen 5 Uhr? Arbeiten da nur von außen oder nennt da irgendeiner seinen Job vielleicht ernst von dem Haufen? Können die vielleicht auch lesen? Ja. Kommt falsch schnell, wenn wir da mal in der Ruhe. Dann kommen die vielleicht auch auf die Kurve rum. Vorher denken die vom Bössler. Hau ab! Amsel, du! Ach, der Feuerlöscher wieder. Ach, der Feuerlöscher wieder. Ach, der Feuerlöscher wieder. Ja. Mal wieder. Mit der Feuerlöscher wieder. Das ist ja auch am Schuss. Aber das ist das. Das ist ja so. Das ist ja ganz schön. Das ist ja so. Versichert? Natürlich! Bei Krawallung. Denkrawallmacher.de Da kannst du auf die Kacke hauen. Au! 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 Das sieht man jetzt gar nicht. Das sind Solaranlagen. Verschneit, würde ich mal sagen. Da ist nichts mit Energiegewinnung. Solange da Schnee draufliegt, ist es da beduste unten drunter. Da muss der mit dem Föhn dort stehen. Oder wo kaufst du den langen Besen? Da muss der mit dem Föhn langsamer. Dich, das ist doch mal so. Das ist doch mal. Da ist das Mal! Total übernimmt die Herrschaft in Deutschland, was Tankstellen angeht. Ich bin ja ne Total Tankstelle. Da drüben auch. Finde ich ja total dufte. Abstand, die Vaterzeichen halten jetzt aus. Rehe, keine Schafe. Es sind Rehe, fünf Stück an der Zahl. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Die stehen auf dem Feld und fressen... Was fressen die eigentlich? Schnee. Was anderes gibt es hier ja nicht. Wenn ich die Schnauze voll habe, ziehe ich im Wald, baue eine Blockgütte und andere hier. Die waren gegrillt und gekocht und paniert und was der Geil nicht alles. Und eine Hase. Ach ne, Hase mag ich nicht. Kann man Hasen eigentlich grillen? Die gute Fahrzeichen. Die gute Fahrzeichen. Die gute Fahrzeichen. Hansa, Logistik, EU, Coca-Cola. Ja, wir sollen den besser an. Ja, wir sollen den besser an. Ohne fährt ein Lada. Ja, oder ist das ein Trabi? Das ist ein Trabant. Oder vielleicht ein Lada. Die ist ja Ojal. Das müssen wir mal versuchen, in einem Lada einen Paschimodon einzubauen. Funktioniert nicht. Oder ein Trabi. Funktioniert aber nicht. Dann gibst du einmal Gas. Dann reißt du die Karosserie auseinander. Das geht ganz schnell. Aber das wäre lustig. Steht nebendran so ein Benzfahrer, so Audi. Guck mal schauen, da steht ein Trabi. Das ziehen wir jetzt ab. 400 PS unter der Haube. Trabi. Trabant. Schalt auf grün. Trabant gibt Gas. Auto steht noch. Fresse auf halber neun. Ja, ja. Hoppala. Das ist gar nicht gut. Bist du denn? Ach, da bist du. Wunderfall. So, komme ich an den Niederländer heute noch mal vorbei? Oder muss ich da hinten bleiben? Ach, jetzt geht's wieder bergab. Bergabber hole ich überhaupt nicht gern. Nein, das ist ein Deutscher von etwa. Bremse geht an der 89. 50, jawoll. Sehr schön. Mama, ich komme mal ein bisschen rüber zu euch. Also der Vorhang wird mich auch stillen. Mal ganz herrlich. Ja, wir fahren gerade 88 kmh. Laut Navigationsgerät. Abwickationsgerät. Gefahr gut, dann lassen wir lieber noch ein bisschen Abstand. Kann der nicht doch hin? Du kriegst auch nur ein halbes Danke von mir. Ich weiß es nicht, ich habe nicht aufgepasst. Das ist mir egal. JZA Krämerbrücke, Erfurt. Kräme dich nicht, kleine Struller. IK N Ich kann nicht. Zum Beispiel. Ich kann richtig... EFLD F-E-L-D, wenn es wäre. Würde es Feld heißen. E-F-L-D. EFLD Feld, Wald und Wiesen. Icky. Icky Bob. Ach ne, Icky Bob, äh, Doppel G. Doppel Gustav, glaube ich. Icky? Ein G. Doppel G. Icky. Icky Bob war, glaube ich, der zweite Künstlername von David Bowie. Wenn ich mich nicht höre. Ja, schon wieder mit seinem Höfner. Wenn sie mal Zeit haben, kommt sie vorbei in Feldham. Oder wie ist das, Kaff? Struller Backe. Wenn jemand Zeit hat, dann binkele ich die auf deine Schnürsenkel. Ich muss sie nicht erleben. Düringen entdecken. Vielen Dank.